Quantenphysik Quantenphysik kommt uns Menschen seltsam vor. Da ist etwa die Rede von Elektronen, die sich nach links bewegen und gleichzeitig auch nach rechts bewegen können. Oder von Atomen, die sich im Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig auch gegen den Uhrzeigersinn drehen. So etwas kommt in unserem menschlichen Alltag nicht vor und deswegen glauben manche Leute, Quantenphysik kann man gar nicht verstehen, die passt nicht zu unserem gesunden Menschenverstand oder ist höchstens etwas für ein paar Supergenies. Und es ist schade, denn das stimmt nicht. Natürlich kann man die Grundideen der Quantenphysik auch relativ einfach erklären. Und genau das versuche ich in meinem Buch. Und dabei stößt man auf viele verrückte Geschichten und merkwürdige Fragen. Etwa wie kommt es, dass sich Materie so fest anfühlt, wenn es doch heißt, dass Atome eigentlich hauptsächlich aus leerem Zwischenraum zwischen den Teilchen bestehen. Und wie ist das mit dieser alten Geschichte von Schrödingers Katze, die angeblich gleichzeitig lebendig und tot sein kann und vieles mehr. Wer sich mit Quantenphysik beschäftigt, wird sich wundern. Und wird sich am Ende noch immer wundern, aber vielleicht mit einem etwas erweiterten Blick auf die Welt. Und ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und ich glaube, das ist das, was ich nicht entgehen muss. Und ich glaube, das ist das, was ich nicht entdeckte. Aber in der Nähe ist, dass ich nicht entdeckte. Vielen Dank.